Aloha! Zack, Bombe! Los! Kleines Scheißfieber! Alarbo! Er hat mich so gut ausgetrickst! Verdammt, wie konnte ich darauf nur reinfallen? Ich kleine ein dummer Männer, idiotischer Vogelkopfiger Dreimal schwarzer Kartiger Dünnhäuser Zack und go! Wenn's weiter Geht mal in der Tasche entfood! Und hier sieht es wie ein ziemlicher Boss aus Hhh, was ist das denn? Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Und jetzt weiter hier oben. Oh, verdammte Wange. Nein, oh nein. Das ist doch unwahr. Verdammte Dallfähigkeit. Da habe ich glatte Erinnerungen mir durch den Lappen gehen lassen. Shit. Bitch. So, was ist jetzt hier los? Ist das die... Okay. Also, wow. So. Das war jetzt gut. Ach, dumme. Das waren die Dinger. Ah, die haben schon gesehen. Diese komischen Ebenenschreiter, die nackten. Wer hat denn... Das hat ja einen Metallfuß. Und das sind sogar Küken. Ach, die lassen hier den Strom produzieren oder so bestimmt. Das ist wahrscheinlich die Stromanlage. Könnte ich mir gut vorstellen. Die restlichen von diesen komischen Polisfabriken. Oh, keiner. Das Ding ist, wer haut sich denn... Wer hat denn bitte so große Backen? Die haben es schon gesehen. Die habe ich schon ganz am... Oh, nein. Die haben es schon ganz am Anfang gesehen. Jetzt geht es. Ich nehme den Schalter um. Ich nehme den Schalter um. Klack. Was passiert jetzt? Ah, ein neuer Wind. Ding haben. Ding haben. Oh. 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 das schaffe ich doch niemals das muss ich denn stattdessen machen aha schau mal die lasse ich mir jetzt echt nicht durch die Lampen ja ich frage mich wie das auf Englisch ist das ist bestimmt besser wenn das Englische gespielt hat würde mich mal interessieren das ist wahrscheinlich ein paar Sounds auf YouTube müsste ich mal reinhören der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz ich hieß dich aufgeben aber meine Warnung fand kein Gehör und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wollenden Kochtopf geworfen hat Halt die Fresse oh jetzt lässt er mehr Strom machen oh Gott na toll ich hasse diese diese Teile mag ich nicht so gerne kämpfen ist das Beste was es gibt so hab ich mich ge... ne blablablabla oh Gott mich ging ja in der Ecke fest, da habe ich die bescheuert wahrscheinlich muss ich mich gar nicht bewegen, aber ich finde irgendwie besser mit wieso fallen denn von da oben auch noch so ne Teile runter, wofür braucht ihr sowas überhaupt? wofür braucht ihr sowas überhaupt? so, hier ist direkt der nächste Schalter Leben hab ich voll ich muss mich anziehen noch einen Abschiedsabend haben ich habe mich dann übelst schön wie... oh wow ich habe gar nichts hier gerückt na, da war ich mir nicht gut oh, nicht wieder zurück haha, so ist's recht ich bin zu Brot, ey flinker meine feinfederigen Freunde nicht nachlassen jetzt Alter, der zieht ja richtig durch so, wo ist jetzt die Made? Pong wofür braucht man sowas? ich bitte dich hast du keinen, der dir High Five gibt oder was? meine Güte ok, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück ja da lang und dann machen wir das auch einfach mal so, da geht ziemlich lang die sind schon ausgegangen wahrscheinlich auch wieder mal jup und jetzt aber so da müssen die rein aber da kommen wir noch nicht hin also da können die ah, da müssen wir weiter oh Gott, dieses Brot of Shit Pomp Pomp oh mein Gott oh es war nicht so großartig Anti publishes Energie bin j graduating Приятно ea